Hier präsentieren wir die 5 besten Stricknadeln-Tests. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Startnummer 5. Rund 223.800 Rundstricknadel Seed. Seed mit haltbaren, glatten Holznadeln. Hohe Flexibilität bei der Verwendung verschiedener Nadelgrößen mit unterschiedlichen Seilgrößen zur Transformation 8 Paar Nadelfaktoren, 4 Seile mit Stichstopper sowie Montagestift. Praktische Tasche für Stauraum. Nummer 4. Latkure Stricknadeln Bambus Seed. Unser Seed ist für jeden Wettfächer geeignet, da es die 15 am meisten bevorzugten Größen hat, die Sie für jede Aufgabe benötigen, insgesamt über 75 Nadeln. Wir liefern 5 Nadeln in den anhaftenden Abmessungen. 2,0 mm, 2,25 mm, 2,75 mm, 3,25 mm, 3,75 mm, 3,75 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm. Diese doppelseitigen Wettnadeln bestehen aus einem sehr haltbaren Bambus. Sie können das Leichtgewicht, den Komfort, die Laufuhr sowie die Zähigkeit der Einfachheit halber erleben, während Sie dieses Seed verwenden. Sie können sicher sein, dass Sie mehr Liebe und Begeisterung für alles entwickeln, was ausgezeichnet und auch beim Stricken bemerkenswert ist, wenn Sie Ihr kreatives Denken mit diesem Wettnadel-Kit entdecken. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Allzeit unserer Liste Nummer 3. Dbaily 35 Stück Länge Nadelspielseed Edelstahl Doppelspitzenstrecknadeln Wettnadeln bestehen aus Edelstahl von ausgezeichneter Qualität, sodass die Nadelsätze nicht leicht zu biegen sind, Die Nadeln schnell korrigiert werden und die Zeiger nicht scharf sind. 35 Stück gerade Nadeln aus Edelstahl 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 7 Abmessungen, 5 jeder Abmessung. Doppelpunkt Stricknadeln aus rostfreiem Stahl eignen sich am besten für handgefertigte Do-It-Yourself-Werkzeuge wie Mantel, Mütze, Schal und Handschuhe. Nummer 2. Ab die 11 Paar 35 cm lang und Stricknadel Edelstahl. Wir haben 11 Sätze von 35 cm langen Stricknadeln in verschiedenen Größen 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 Stück Nähmarker beliebiger Farbton. 9 Stücke große stumpfe Nadeln, 1 Stück Maßband. Jede Stricknadel aus Edelstahl ist mit klaren Größenangaben graviert, um eine sehr einfache Erkennung und Auswahl zu ermöglichen. Die langen Stricknadeln bestehen aus Edelstahl und sind sorgfältig verfeinert, glatt und gradfrei, um sicherzustellen, dass Sie sich während des gesamten Werkvorgangs keine Sorgen über Stichverletzungen machen müssen. Und die Nummer 1 unserer Liste. AIX Rund Stricknadel Seed. Sie erhalten 8 Rundwebernadeln in 8 verschiedenen Größen. Wenn Sie ein erfahrener Stricker sind, der Rundstricknadeln in mehreren Dimensionen benötigt, ist dieses Seed hervorragend für Sie geeignet, da es sowohl umfangreich als auch mobil ist. Mit 8 Abmessungen 2 mm, 3 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, eine Größe als die verschiedenen anderen, erledigen Hilfsmittelaufgaben sowohl klein als auch groß. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.